Oh, hab ich Glück. Hahahaha, hab ich Glück. Wieso muss schon ein starkes Monster kommen? Und ich sehe es wie ein starkes Schwein. Dann mache ich hier mal den Gübel. Toll, mit der Hose geht es ja richtig gut. Ja, bringt leider nicht zu viel. Ok, super. Dann wird die auch wegwerfen. Ja, bringt es nicht. Jetzt müssen wir schauen, wie hoch wir sind. Wenn wir nämlich ganz oben sind, nicht ganz. Wenn wir zweitoberst sind, kommt der Boss, den wir hier, kann ich nicht besiegen. Ich bin so schwach. Dann müssen wir ein bisschen defensiver sein. Offensichtlich ist es eigentlich gut, aber defensiv nicht. Ich bin so schwach. Ich bin so schwach. Ich bin so schwach. Ich bin so schwach. Sehr schön. Oh, das ist ein super Lute. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal wegbekommen könnt. Wenn ihr euch mal programmieren wollt, programmiert nie auf Java. Egal wie einfach es ist. Lieber das beste CC Plus oder so. Das ist wirklich schrecklich. Ja, also Minecraft kann nicht bugfrei funktionieren, wenn die auf Java bleiben. Goldene Karate. Wassergranate. Hm. Na komm. Den kleinen Erfahrungsschuh. Nette Wart sind ziemlich wichtig. Ja. Ah. Oh my god. Die schießen mich hoch. Shit. Der Boss ist gar nicht hier. Okay. Okay. Yeah. Einfach mal das beste Item machen wir zuerst. Ein Endeschwert cool. Hehehe. So. Das kommt von cool. Ähm. Hehehe. Zombie. Die brauch ich nicht. Oh. Ein Legerbogen. Ich glaub's ja nicht. Ein Legerbogen. Das ist ja mal krass. Noch mehr Magic Messen Essenzen. Oh. Shit. Ist hier irgendwo Wasser. Ja komm. Ja komm. Aber ich setze es nicht mehr so oft ein. Nur wegen jetzt. Diesen blöden Turm. Und zu gehen. Und zu gehen. Klack mich jetzt an. Die brauchen noch Zombies und so. Die Alten sind wahrscheinlich nicht mitgekommen. Ist doch vielleicht auch egal. Sind ja nur Pfeile und Bogen gewesen und so. Ah ja stimmt. Tschüss. Hehehe. Okay. Wir müssen weiter hier entlang. Der Legerbogen. Verzaube ich mit Unendlichkeit. Das macht das wir. Unendlich Pfeile haben. Wenn wir einen Pfeil im Winter lassen. So. Ähm. Hier. Wie ich hier egal. Und wie ich hier egal. Nehmen wir mit. Leder. So. Okay. Wir haben ein Ender Schwert. Das ist eine Zweihandwaffe. Dann machen wir das Schild nicht. Ein Schickmier nehmen wir mit. So. 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 Die Scherelein. Ein Pfeil oder 32 Pfeile sind egal. Das Schein Schwert. So. So. Also. Das Schein Schwert. Das sagen wir mit. Sharpness. Nein. So. So kurz. Zuerst die Bücherregale hinstellen. So. Ähm. den Bogen zuerst. Infinity. Infinity. Afterlife kommt schon. Nein. Okay. Egal. Unbreaking. Sehr wichtig. Und das Ende Schwert. Kann mir leider nicht mehr verzerr. Doch. Looting kommt. Nein. Okay. Oh. Ein Ende Schwert. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Elf. Ja. Das merkt ihr da. Das geile am Legger Bogen ist das hier. Zwei Pfeile. Es gibt sogar einen der dreipfeilig ist. Den möchte ich so schnell wie möglich haben. Also wir lassen die Kühe noch. Und wir hier ein paar Zucker. Okay. Das ist noch nicht reif. Also. Zucker. Und. Leder. Also machen wir kurz ein Buch. Dann haben wir noch vier. Fünf. Oh nein. Das Leiter braucht man ja nicht so oft. Ähm. Dann. Was sehr wichtiges. Ein Backpack. Sehr wichtig. 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 So. Federn. Ja. Das Buch können wir rauslegen. So. Hier reinlegen. Und mit den Büchern können wir Bücherregal erstellen. Leider nur eins. Ja. Jetzt schon drei Bücher gebracht. Für ein Bücherregal. Unnötig. Ich weiß. Aber. Okay. Realistisch ist es. Also. Eigentlich nicht. Man macht kein Bücherregal aus drei Bücher. Ja. Man steht die Bücher dann rein. Ja. Aber man macht ein Bücherregal nicht. Das drei Bücher. Aber was ist in Minecraft schon realistisch? Es ist sehr viel nicht realistisch. Oh. Ja. Hau du ab. Okay. Dann könnten wir eigentlich nochmals irgendwo hingehen. Ich denke mal. Das ist ein kaputter Turm. Das ist der große Turm. Den möchten wir jetzt nicht schon wieder machen. Das ist auch ein großer Turm. Das ist eine Schmiede. Oder was ist das? Was ist denn hier oben? Kann es sein, dass wir hier unterirdisch waren? Ich weiß nicht. Nicht mehr. Cool. Also einfach mal eine Sichtweite von mehreren Kilometern. Ich weiß es nicht. Wo sollen wir hin? Wir sind alles kaputte Turm. Liste überall auf. Lass noch einmal seine SPO. Hm. Ja. Wo wollen wir jetzt hin? Hm. Das ist auch kein Metall, oder? Was ist denn das? Hört man die eigentlich so weit? Ich habe irgendwie Lust dort hoch zu gehen. нул die Wind ist ent usual. Ich hab immer das, sterben, wo mich הב�fatàng去了. Wir bringen zu sein, dass ich nicht Carrot war. Aber wir fahren Co ...